Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen, mein Bibi. Ich mache jetzt vorstieg, wenn ich ihn sage, mach das. Erstmal den Katzen Katzenfutter bieten und den Hunden Hundefutter. Und milch den Katzen und den Hunden Wasser. Katzenmilch, Katzenfutter, Hundefutter, Wasser. Eins, zwei, drei. Ich mache Rührei für die Kinder. Dann hole ich meine Kinder zum Essen. Mein Schatz, guten Morgen, Mama. Wie war deine ersten Nacht? Ja, gut. Du musst in den Bett machen und dann was essen kommen. Mache ich. Erste. Arzt, ich feste bitte auf und frühstück. Da mache ich meinen Rundfutter in den ersten Nacht sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020